Kapitel 6 Nichts als heiße Luft Okay, da müssen wir jetzt wahrscheinlich hinterher. Steuere den Heißluftballon, indem du A oder rechts einen Trigger drückst, um aufzusteigen, bzw. B oder linken Trigger, um zu sinken. Versuche nicht, die Wände zu berühren und vergiss nicht, nachzutanken. Also. Dann probieren wir das mal. Ah, da unten ist ein Knochen, den will ich. Ah. Verdammt. Noch ein Knochen. Was ist jetzt für ein Adventure? Oh. Noch einmal spielen. Ja. Also etwas vorsichtiger. Da muss ich jetzt die Knochen wieder rein sammeln. Oh nein, ich will die Knochen haben. Ich will alle Knochen haben. Und dann müssen wir nochmal spielen. Ich will auch mal spielen. Ja, wenn schon, denn schon will ich alle Knochen und alles erreichen. Ah, geschafft ohne Schaden. Sehr schön. Ah, da fährt er jetzt hier gleich dran gedonnert. Den Knochen habe ich. So. Nein. Oh, verdammt. Spiel neu starten. Wirklich neu starten, ja. Ja. Da war es so arg. Ah, nein. Oh, nein. Oh. 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 und runter und jetzt bitte 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 schaffe es hier drüber und drunter drüber drunter ja ja über den vogel drüber